komisch aufhunde mich 190 Siege und 500 41 Niederlande ich habe 200 2 gewonnen und 137 verloren decken wir sind mehr verloren ja dann ist das so oder ach alter mal mit die Luft alter 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 ich wollte doch keine mehr na boah das ist ja wohl mal fies hier gerade gewesen wieso ich bin auf dem Gelände gelandet und bin ungekippt so richtig so kammer alter wichser alter es sind ja nur 20 Punkte frauen wir uns nur 15 alter gestern meinst du doch die SD bremsen die mir auf den Sack alter jedes mal gleiche ich glaube ich war richtig ich war rückwärts ich glaube das ist richtig oder nö 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 ob es doch schuldigung frank hat doch erst mal rum muss verstehe jetzt kann ich schon wieder nicht ja weil er ist auch hoch bringen können auf ein alter mann ich habe einfach nicht aber wenn ich rum muss mike jetzt stehe ich schön verkehrt rum super danke ja so haben wir wieder zu fahren danke ich danke dir das ist doch da hat er so etwas untergebracht ja man ach so ich komme hä und dann ach so äh mike mann ach mann du bist so ein opfer junge ich bin auch nicht gekommen beruhig dich doch einfach da bist du ein opfer verstehst du ja ich sehe nix so macht die dinger spaß doch nicht ja ich hab's aber die runterfallen ja ich hab's aber die runterfallen oh frank war ihr nicht warte ich bin doch schon längst weg alter mann ey ich hab mich nicht an den schubs ach darum geht's doch gar nicht die kurven sind so kackig dass du teilweise nicht rumkommst alter so hätte er die strecke davor bauen müssen das war geil ne war scheiße hä das hochfahren mit dem ding war doch geil ja nix schon aber die landung war kacke ja aber das andere war geil fand ich ja kann ich mal hier so ein schwarzes teil wieder zwischendurch kommen ohne wende drin hä wieso äh kann ich die wenigstens mal wieder einholen du bist bestimmt 90 punkte vor mir denn weiter das ja Ach, Alter. Hi. Da häng mich mal vor. Wo bist du runtergefallen, was ich dich einholen konnte? Ich bin eben da vorne hängen geblieben, aber ich hab da nicht gleich durchgepasst. Achso. Dann kann man es natürlich rummachen, ja. Ja, du. Ja, du. Tschö, du musst dich dicker kurz halten. Hä? Und jetzt? Boah, ernsthaft? Was denn? Auf ne Lampe gefallen. Ich bin echt auf ne Lampe gefallen. Ich bin echt auf ne Lampe gefallen. Wo bist du schon unten? Ich weiß aber jetzt nicht wohin. Achso. Hä? Okay. So. Nein. Ach, verkackt, Alter. Ey, ganz ehrlich. Und jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, okay. Du sagst aber auch nichts, oder? Was denn? Ey, der hat dich doch ausgerichtet, Mike, zu dem Punkt. Woher bist du? So, ich schenk dir den Sieg jetzt mal, komm. Na doch, ich steh vor dem Ziel. Auf Waderein. Okay. Habt ihr es wieder gehört, ja? Ist auf Video. Wollt ihr es ja mal warten können. Ein bisschen wenigstens. Du hast gesagt, ich soll reinfahren. Sollte ja wohl nicht das Problem sein, oder? Wäre ja so, da wolle ich auch. Ja, wüsst du schon nicht. Dein Ernst, Mike? Ja. Alter, das hast du doch mit Absicht gerade gemacht. Nein. Und verdient. Auf gar keinen Fall. Kurz und knackig war die. Ich hab da jetzt...